Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Robocop Rogue City. Ich habe letztens hier Schluss gemacht, mitten in einer Action. Und ich fühle mich ganz schlecht, ich habe bloß noch eine einzige Heilung. Und ja, ich weiß nicht, wie viel ich noch kämpfen muss hier. Ich habe Sorge, dass ich das erste Mal sterbe. Bitte drückt mir die Daumen. Mit dem Spind können wir noch nicht knacken. So, das ist der Tresor. Ist besser hier hinten rum zu gehen. Wir müssen hier runter. Warte, was? Was passiert hier? Hat hier jemanden eine Granate geworfen? Robocop, er leidet keinen Sturzschaden. So. Ja, ist auch nicht tief. Könnt ihr hier bitte ein bisschen Heilung geben? Wir sind schon wieder vier Gegner. Die werfen alle Granaten. Kann ich mich daran schon heilen? War das nicht irgendeine Spezialfähigkeit? Ah, die sind dort dahinter. Ja. Gut, das kann ich jetzt nicht nutzen. Okay, hier ist dahinter hoffentlich wieder... Wenn ich jetzt eindringen, steht... Okay. Ich kann jetzt... Hab jetzt wieder Slow Motion. Hoffentlich. Und dort ist wieder so ein Maschinen-Ding. What the fuck? Das sind ja gar nicht mal... Oh Gott, das sind so viele. Ja, der sprengt sich gerade selber, glaube ich. Ich... Ich... Puhu... Die sind echt böse. Keine Heilung mehr. Okay, aber der hat der... An der Waffel ist weg. Zwei Leute sind hier noch. In die Richtung und in die Richtung. Okay, der hat sich gut getarnt. Hab ihn fast nicht gesehen. Ist ja da... Ist ja da... Hinten. Hab ich mich gewundert. Also ich verstehe gerade nicht so ganz, warum ich vorhin so viel Heilung bekommen hab, die ganze Zeit. Und jetzt... Was war das? Was war das? Erste Haus. Okay. Das Heilung. Boah. Hat er sich selbst... ...gesprengt? Ne, 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 ne... Ist da wieder einer? Was ist der? Hinter der Mauer? Wo ist der hier? Um die Ecke? Ich glaube, das waren alle. Seine Güte. Zumindest hatte ich gerade Slow Motion. Ich gehe davon aus, dass das, wie in vielen Spielen, so ein bisschen das Zeichen dafür ist. Okay. Du hast alle Gegner in diesem Gebiet erledigt. Du kannst jetzt ganz entspannt weitergehen. Ich hoffe. Normalerweise ist man bei Polizeieinsätzen auch nicht alleine. Ja, es gibt immer einen, der deinen Rücken deckt. Ja? Rückendeckung ist das Wort. Gut. Noch mehr Gegner? Aber, um... ...could du untie mich erst? Sie wirklich outdid sich mit diesen Knots. Talk. I don't know how you usually operate, but that type of information don't come free. It is a privilege and a merit for civilians to assist the police in capturing wanted fugitives. Well said. Well said. Uh, what can I say? I'm a sucker when it comes to helping the cops. So, it seems that the new guy saw the punks attack on the TV station and decided to meet with Soot on their turf. The meeting is supposed to take place tonight during Soot's concert. Concert. I know. I'm not really a fan of his music myself, but that's not what those shows are really about. Why don't we, uh, get out of here, huh? Lewis, Soot is meeting the new guy tonight at the old slaughterhouse. Copy that. Pick me up at the station. I'll grab my gear. By the way, I've got something for you, Murphy. They called me Pickles. Eh, and you guessed it. There's a funny story behind that name. This one time, I saw Torchhead stealing a delivery truck. I went after them, hoping that a VCR would fall off the back of the truck, you know? But it turned out to be groceries, so they left it. I made a pretty penny that day selling Pickles. Still have a couple of jars laying around if you want them. So you are an opportunist. Hey, I prefer street entrepreneur. You know what they say, a good business is where you find it. Wie süß läuft er denn die Treppen hoch? Okay, also, ich glaube, ich habe gerade so Sachen hier für meine Waffe gefunden. Nee, schade. Aber was habe ich? Ich habe doch gerade irgendwas bekommen aus dieser Riesenbox. Sind jetzt hier neue Leute? Dann raus hier. Beste Haus und so. Aber hier haben sie wirklich gespart mit Heilung. Jetzt war ich so gar nicht gewohnt. Wie ist es, Officer Briggs, ist weggekehrt. Danke, Tin Man. Hey, uh, did Briggs tip you off that I might be here? Officer Briggs? Ja, er ist mein police-to-geist. Officer Briggs ist... Missing. Missing? Shit. May our city have mercy on him. Also manchmal habe ich das Gefühl, sind die... Voice-Lines? Trotzdem sehr leise, oder? So. Sieht ihr in shape zu tun, wie sie sich herumfasmagt. Das hat er nicht nach sandft! Sieht ihr mir aus dem Hilfen? Wie ist das? Ist das eine Sache müssen Sie wissen, sind Sie mir! Ich liebe Leber, die Fähigkeiten, die Entdeckungen... ... das System. Ich denke, dass das alle tollen Ideen sind. Aber so ist Nuke. Und wenn ich nicht donné, das kidnapped, bin ich einfach aus dem anderen... Deshalb. Also wissen Sie, was sie sagen. Sie können nur einen masterverten. Do you think Briggs is in trouble? I really don't know. Last time I saw him, he was going to check a case of missing bodies. Sounded like a bogus lead, so I didn't press him. Funny enough. He always tells me to be careful when getting info. But the truth is, I'm not the one running around gangster's paradise dressed in blue. Need to go. Duty awaits. About that, I've got a favor to ask. I know that Briggs is missing, but I've got something that belongs to him. He must have misplaced it the last time he visited my crib, and it's kind of weighing me down. What is it? It's his wristwatch. Now, I feel bad holding on to it. Could you please give it back to his family? This is stolen property, and you expect me to return it? Gee, that sounds bad when you say it like that. But still, you shouldn't let me hold on to expensive things. That's how I ended up in this situation in the first place. I will make sure they receive it from the repentant thief. Oh boy, you're a tough negotiator. But surely you'll mean now. I gotta chillax after all this. I have more urgent matters on hand. And meet me later at Briggs' place. Yeah. You gotta save the city. That's fine by me. I'll see you later. Zeit der Busse. Äh, ach so, das ist immer noch in dem Stadtgebiet. Das mit dem Fahrzeug kann ich ja immer noch nicht machen, weil ich ja die Punkte jetzt immer noch nicht so verteilt habe, wie ich müsste. Äh. Ach, Zeit der Busse. Ich habe Zeit der Busse gesagt, weil das da mit Doppel-S stand. Ups. Oh, wir haben fünf von sechs Verstößen gefunden. Wir müssen noch eins finden. Okay, Augen offen halten. Ich glaube, jetzt die ganze Zeit hier mit meinem, meiner Robocop-Sicht rum. Um hier noch Verstöße zu finden. Frage ist, das sind ja nicht nur, das sind ja nicht nur die Autos, ne? Das, äh. Wahrscheinlich auch sowas wie das Graffiti, was ich erst gefunden habe. Oder die Ruhestörer, die bei den Jungs da vor dem Laden. Wo ist deine Katze? Warst du nicht der, der eine Katze hatte? Was steht er hier so? Ach, das... Oh, das ist die Wohnung. Briggs. Nee, das will ich jetzt noch nicht machen. Oh, hier, ich habe was. Ja, aber... Dann wurde er schon mal angezeigt. Fertig. 50 XP. Wow. Wollen wir doch mal das mit dem gestohlenen Fahrzeug versuchen? Oder machen wir das wirklich später? Ach, ich weiß selber nicht, was wir machen. Wir machen jetzt das, wir geben jetzt die gestohlenen Uhr zurück. So. Hi, der läuft wieder so niedlich die Treffe hoch. Was ist das hier? Ist das schon für später, oder? Reduktion Level 2. Soll das so, dass man das jetzt alles noch nicht machen kann? Denn so viele Punkte habe ich ja jetzt auch noch nicht bekommen. Oh, die Pflanze würde ich nehmen. Ich brauche was für mein Bad. Okay. Wir gehen eine Etage nach oben. Da, wo wir hin sollen. Du klopfst und ich rede. Andersrum. Robocop. Robocop. Are you here about Mike? Yes, I am sorry to hear about your husband. Oh, no, 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 no. This junkie is not coming inside. What else are you going to steal? Huh. Funny you should say that. I can't stand him. I'm sure he has something to do with Mike being missing. I'm sure he has something to do with Mike being missing. I heard that he was looking into reports of bodies going missing. An old lady approached him at the precinct and told him a sob story about how she couldn't afford to bury her husband. Can you believe that? Anyway, when she finally collected enough money and went back to the morgue only to find that they had lost her husband's body, Mike went to check it out and never came back. Where was the last location that he was seeing? I remember him telling me that he was leaving his jurisdiction, that that's where the leads were taking him. I tried to convince him not to go. It seemed dangerous, but he felt sorry for that old lady. He went against his own rules and me. He left angry because we'd been arguing. Do you remember the exact location? He never told me. But maybe it's in his files. Why do you think that Pickles is involved in your husband's disappearance? My husband's a good man. Sometimes too good for his own sake. He believes in second chances. Even if someone doesn't deserve him. Like Pickles. That unappreciative asshole constantly gets himself into trouble. I mean, who's always there to get him out? You guessed it. Salt of the earth, Mike. Pickles has a bad influence on my husband. I think I have everything I need for now. Knowing you're on the case makes me a little less anxious, Robocop. Now I just need to break it down for our son. He does not know? I didn't know how to tell him. He's a smart kid, and I think he suspects something. Could you maybe tell him to come home? It's getting late, and the streets aren't safe these days. He normally dawdles, but having you tell him should light a fire in his britches. I will make sure that he returns home, madam. Thank you. He's playing on the basketball court nearby with his friends. Ja, wir holen jetzt den Jungen nach Hause. Empfehlungsschreiben. Detroit, der Suchtbekämpfungsprogramm, Einverständnisformular, Name des Teilnehmers, Joshua Pickles Green, 34. Warum liegt es bei ihr? Missbräuchlich verwendete Substanzen, Nuke, empfohlene Personen, Michael Briggs, empfehlende Personen. Ach so, der Briggs hat das geschrieben. Grund für die Empfehlung. Joshua hat in seinem Leben bereits einige falsche Entscheidungen getroffen und muss seither mit den Konsequenzen leben. Aber er ist ein Mann mit großem Elan und bemerkenswerten zwischenmenschlichen Fähigkeiten. Ich bin überzeugt, dass er wirklich etwas in seinem Leben verändern will. Aber dazu braucht er professionelle Hilfe und jemanden, der an ihn glaubt. DSB ist ein freiwilliges Programm, daher benötigen wir die Unterschrift des Teilnehmers, um ihn zu unserem Zentrum aufzunehmen. Um ihn in unserem Zentrum aufzunehmen. Also ich erwarte jetzt einen Vierjährigen auf dem Basketballplatz. Das ist das Plakat, auf das ich, was ich hier gerade gesucht habe. Das Poster, irgendwas Schönes. We must get to the basketball court. That's just around the corner. Um, are we playing? What's that got to do with time? Is it, like, time to kick my ass? We are going to remind Gail's son, that it is past curfew. Oh, Daniel? Sure. Ich wollte gerade sagen, wenn das jetzt der Sohn sein soll von Briggs und oben diese Holzbausteine stehen. Das fände ich schon einen ziemlich blöden Fehler im Spiel. Good evening, citizens. I need... Need what? Some spare parts? Hey, there's a mechanic up the road. We all have to evade the rules of the games we play. Unsportsmanlike conduct makes all players look bad. That's right, fool. That was a technical foul. I didn't know he's so delicate. What do you need? We're looking for a kid. His name's Daniel. He was playing here earlier. Why? Is it past his bedtime? It is. Yeah, I saw a couple of kids drawing with chalk they found lying around that crime scene over there. Thank you for the information. Congrats, guys. You just became police informants. It has its perks. You'll love it. I see a couple of drawings over there. Killers. This was drawn not long ago. Ah, in dem Tor, da hinten war ich erst schon mal. Dachte, oh, das sieht ja interessant aus. Da ist ein Kindergarten dahinter. Oh man, are we really jaywalking? That's a hundred dollar fine. Huh. I guess we're conducting an investigation. Aber... Warum ist grüne, gelbe, rote, blaue, weiße Kreide an einem Tatort? Daniel! Come on, kid! Where are you? Someone shot. Ich habe gerade überlegt, ob ich es sage oder nicht, aber dieses Daniel erinnert mich gerade ein bisschen an. Ethan! Ethan! Wer weiß, von welchem Spiel ich rede? Gerne in die Kommentare. Zu Größe 7. Raja, du hast Metall verschlossen. Verstecken die sich in der Mülltonne. Keine Hinweise. Okay. Da ist eine Leiter. Ich denke mal, die brauchen wir dann, oder? Wurde in letzter Zeit nicht geöffnet. Dann die Leiter. Unerreichbar. Hm, schade. Da ist eine Brückegröße. Unter dem Auto. Wie komme ich da lang? Kreidestücke. Ach, kann das wegschaffen, das Auto. Natürlich kann ich das. Ich bin Robocop. Schießen. Schauen. Ja. Hey, was the hell's going on over there? Yo! Daniel! Oh no, it's the cops! I don't wanna go to jail for this shit! Is that a gun? You're in so much trouble, kid. No, it's not... Woah! What the hell? You're lucky that Tin Man here doesn't have a real heart. You'd have a hole in it right about now. Sorry, sir. You will be once your dad hears about this. My dad's missing, so he can't tell me nothing. My mom said that he's out on an assignment, but I know the truth. He's not coming back. Why'd you say that? He's always been a stickler for following the rules. I guess that's why he's missing. Cops can't shoot without giving a warning. And someone got the drop on him. But that's not gonna happen to me. I'm going to be the one that shoots first. That's why my friends say... Your friends are knuckleheads. If you listen to them, you're a knucklehead too. Come on. Sit down. We need to talk. Those friends of yours, they take the easy way out. You don't want to go down that road. It leads to a dark, lonely place. Do you know why your dad is such a stickler for the rules? Cause he's a chump. Because it's the right thing to do. It's not always easy to do the right thing. It takes... Strength. And you think my dad has that kind of strength? Are you kidding me? Your father has enough strength for the both of us. He even helped. An ungrateful addict. That he found in one of these buildings. That smelled of rotting garbage. Half dead. And covered in vomit. And instead of writing him off. Your father opened his home to him. Because that was the right thing to do. That's strength. Don't you think there's someone else who could use that kind of support now? Mom. I see. You already know what to do. You can start by giving her this. She's looking for it. Is he going to arrest me? No. It's your first offense. So he'll let you off with a warning. Right? It's late. Let's get you home. Well, you told my mom about the gun. No. She doesn't like me already. Thanks for the help, Tin Man. I'll talk to you later. Also... Hey, partner. What's the status on the old slaughterhouse? I had to take care of something. We can go there soon. Sure thing. Pick me up at the station when you're done. Das Kind spielt mit diesen Bauklötzchen an dem Minitisch? Oder habe ich was verpasst? Gibt es da noch ein Geschwisterkind oder so? Äh... Gut. Darüber machen wir uns bis zum nächsten Mal Gedanken. ich beende diese Folge an dieser Stelle ich habe ein kleines bisschen überzogen danke fürs Zuschauen wir sehen uns sehr gern morgen in der nächsten Folge wieder ich freue mich wenn ihr einschaltet und bis dahin habt noch einen schönen Tag nachtsgut, bis bald tschüss